Ich habe dieses Gefühl vermisst, ich war so lange weg, alles ist top. Es war ein super Gefühl, ich habe das vermisst, es war eine lange Zeit, 15 Monate und ich habe zu viel gemessen. Warst du nervös? Ja, ein bisschen. Heute Morgen war ein langer Morgen, ich war glücklich, ich habe meine Freundin zu Hause und hat zu mir ein bisschen Ruhe. Aber ja, ich denke, es ist ganz normal, ich habe dieses Gefühl vermisst und war auch gut, auf diese Nervos zu fühlen. Ich denke, wenn du Angst hast, in dieser Situation bist du, ich weiß nicht das Wort in Deutsch, ein bisschen close zu verletzen zu haben. Wenn ich auf der Flasche bin, versuche ich alle zu vergessen und geniessen. Und wie geht es dir jetzt nach dem Spiel körperlich? Ja, ich bin perfekt. Ich habe einen Massage gemacht und jetzt bin ich perfekt. Aber es geht perfekt. Ich denke, ich habe ein gutes Gefühl auf dem Platz. Ich denke, es war gut, den ist perfekt und alles, alles top.